Hallo und herzlich willkommen auf meinem Hof. Ich zeige euch heute, was es da Spannendes gibt. Habt ihr Lust? Dann kommt mit! Das Hintermier sind Rhapsody und Melody. Das sind unsere Hauptpferde auf dem Hof. Komm, wir schauen uns mal die Ställe näher an. Wir haben hier insgesamt zwei Boxen. Bewahren wir unsere Halfter und Sättel auf. Das ist unsere Twinnie, die kleinste. Sie teilt sich die Box mit Melody. Das ist meine Freundin Savannah. Sie hilft mir auf dem Reiterhof. Hallo zusammen! So, jetzt zeigen wir euch mal, wo wir leben. Hier entlang! Kommt herein! Das ist unsere schöne Küche. Hier besprechen wir die Pläne für den Tag. So, jetzt zeige ich euch noch das Schlafzimmer. Hier schlafen wir. Das ist mein Bruder Kevin mit seinem Hund Goldie. Am Abend sitzen wir uns gerne ins Lagerfeuer und essen Stockbrot. Ich hoffe, mein Reiterhof hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal! Ich bin Schlafzimmer. Tschüss. Dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.